Als Tübinger Fede wird der Konflikt zwischen Welf V.I. und Welf VII. einerseits und dem Pfalzgrafen Hugo II. von Tübingen andererseits von 1164 bis 1166 bezeichnet. Sie umfasste den gesamten schwäbischen Raum und konnte nur durch mehrmalige Intervention Kaiser Friedrich Barberossens gelöst werden. Geschehen Die Quellen berichten, dass Hugo mehrere Straßenräuber aufgriff, wobei er die eigenen Ministeriale freiließ. Die Welfischen jedoch hinrichtete und deren Burg Möhringen bei Stuttgart zerstörte, daraufhin sandte Welf V.I. eine Klage an Hugo, die dieser unterwürfig beantwortete und so zunächst einer Fede entging. Die Welfen vergaßen die Vorfälle jedoch nicht und so erneuerte Welf VII. die Klage 1164, während sein Vater in Italien weilte. Von Herzog Friedrich IV. Von Schwaben aufgestachelt gab Hugo eine trotzige Antwort, was nach Gerd Althoff einer ritualisierten Zustimmung zur gewaltsamen Lösung entsprach. Die ältere Forschung vermutet tiefere Ursachen und findet diese in einem Streit um das Bregenzer Erbe. In der neueren Forschung hat Gerd Althoff darauf hingewiesen, dass die Quellen lediglich das Unrechtsverteil Hugus nahelegen. Alles andere sei Spekulation. Dennoch muss die Konkurrenz der drei Herzöge, genauso wie die expansive Territorialpolitik Hugus als ursächliches Spannungsfeld gesehen werden. Ein weiterer Aspekt ist der alte Feindschaftskomplex zwischen Welf und König Konrad bzw. dessen Sohn Friedrich von Rothenburg, der mit welfischer Hilfe bei den Thronfolgeregelungen 1152 übergangen wurde und durch die Geburt des ersten Sohnes Kaiser Friedrich Barberossens 1164 keine Aussicht mehr auf den Königstitel hatte. Nachdem Hugo sich nicht einsichtig zeigte und keine Satisfaction leisten wollte, berichtete Welf Sieben seinen Verwandten, Freunden und Getreuen von dem ihm angetanen Unrecht und schmiedete so eine mächtige Allianz der drei Bischöfe, Herzog Berthold von Zeringen und 15 Grafen, darunter der Graf Gottfried und Rupert von Ronsberg, angehörten. Am 5. September 1164 rückten Welf und seine Verbündeten mit einem gewaltigen Heer von 2200 Mann vor Tübingen. In dessen Schutz sich Pfalzgraf Hugo und Herzog Friedrich mit 1100 Mann verschanzt hatten. In der versehentlich am Sonntag entbrannten Schlacht unterlag die welfische Partei. Hugo konnte 900 Ritter gefangen nehmen und Welf sieben. Selbst entkam gerade noch auf die Burg Acheim. Daraufhin kam Welf V.I. aus Italien zurück und erwirkte mithilfe des Kaisers auf einem Hoftag im November 1164 die Herausgabe der Gefangenen gegen einen Waffenstillstand. Nach einem Jahr im Januar 1166 brachen die Welfen den Frieden und verwüsteten erneut die pfalzgräfischen Länder. Dabei zerstörten sie die Burgen Kellnens, Pfalzgrafenweiler, Hildritshausen und Gültstein. Die Nachschiffe allesamt Vorposten der tübingischen Expansion waren. Hugo konterte, indem er den Herzog von Schwaben bat, mittels seiner verwandtschaftlichen Beziehungen Hilfe vom böhmischen Herzog Wladyslaw II. zu erhalten. Mithilfe dieser böhmischen Truppen verwüstete er die welfischen Besitzungen und zwang die Welfen, sich in ihre Burg Ravensburg zurückzuziehen. Nach dem gescheiterten Waffenstillstand vom November 1164 verlangten die wieder aufgeflammten Kämpfe im Frühjahr 1166 erneut eine Einmischung des Kaisers. Auf dem Hoftag in Ulm Anfang März musste sich Pfalzgraf Hugo auf kaiserlichen Befehl dreimal vor Welf VII. In Anwesenheit aller Beteiligte Adliger niederwerfen und wurde dann gefesselt in Gefangenschaft abgeführt. Bis zum Tod des jungen Welfs 1167 verbrachte er so inhaftiert eineinhalb Jahre auf einer welfischen Burg in Schurizien. Unterwerfungsrituale waren im Hochmittelalter gängige öffentliche Zeichen und lösten so manchen Konflikt. Als offene Frage bleibt, warum Herzog Friedrich von Schwaben nicht bestraft wurde.